Hallo Freunde, was geht und herzlich willkommen bei dieser neuen Let's Play Reihe MiniCraft 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 Du, du, MiniCraft Okay, aber wir wollen jetzt hier nichts singen Was starten wir denn Schönes? Ich würde sagen Einzelspieler Und ja, für alle die es noch nicht wissen Ich bin ein totaler Noob in Minecraft Also ich kenne mich da wirklich null aus Habe mich aber schon mal ein bisschen reingearbeitet Oder reingefuchst gestern Dass ich nicht ganz so doof da stehe Ist das jetzt gut, dass ich das gerade gesagt habe? Ich hoffe schon Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall auch Tipps Alles mögliche in die Kommentare mit rein schreiben Ich würde mich auf jeden Fall freuen Ich lese auch alle Kommentare dazu Dass wir zusammen noch besser werden Aber was natürlich viel, viel wichtiger ist an der Stelle Schön den Like-Button smaschen Nicht vergessen Und das Video teilen Ich würde sagen, wir machen jetzt eine neue Welt Und wir gehen nicht in die alte Welt Und wir haben die Aragus Welt genannt davor Die nennen wir jetzt einfach mal Das ist die Let's Let's Play World In Großbuchstaben Versteht sich Überlebensmodus Weitere Weltoptionen Bauwerke generieren Bla 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 Da kenne ich mich nicht aus Fertig Und Wir starten in eine neue Wundervolle Welt Von Minecraft Generiere dich Generiere dich Du schöne Welt Und zack Ist schon die Musik weg Jawohl Der Ladebildschirm ist auf jeden Fall sehr, sehr lang Das ist schon mal sehr gut Das heißt, wir werden auf jeden Fall in einer wundervollen Gegend wieder aufwachen Oh, wir sind Wir sind auf dem Himmel Wir sind im Himmel Nein, sind wir nicht Es leckt einfach nur extrem Oh, mega leck Aua, Aua, Aua Ich hab Ich hab Probleme, mich grad zu bewegen Weil das so leckt Weil das so leckt Oh mein Gott Leckt das Dick, 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 dick Drr, drr So, wie hab ich denn beim letzten Mal angefangen? Genau, ich hab hier einfach so ein bisschen Oh, das leckt noch extrem Aber das ist sehr gut Ich hab hier einfach mal ein bisschen was abgeholzt Und direkt, um ehrlich zu sein Dort gestartet Weil ich sonst nämlich nicht mehr mein Zuhause finden würde Da hab ich natürlich nicht so wahnsinnig viel Bock drauf Und deswegen öffnen wir Das hab ich schon gesehen Wir öffnen jetzt einmal Jetzt holen wir erstmal hier die ganzen Seeds natürlich Tack Geh mich schon richtig gut aus, weißt? Das ist brutaler Hier nehmen wir auf jeden Fall alle Seeds mit Zack Und da haben wir auch eine schöne Wasserfläche 21 Mit E kriegen wir den ersten Erfolg Achtung Erfolg erzielt Inventur Ragebo hat den Erfolg Inventur erzielt Sehr nice Und dann müssen wir auf Holz kloppen Das machen wir doch auch mal Schön mit den Seeds auf jeden Fall Okay Cool Dreimal auf Holz geklopft Ah okay Ich dachte man muss dann Drei Baumstämme pflegen Aber das ist tatsächlich nicht der Fall Umso besser Hier Schön farming 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 Bevor es Nacht wird Weil ich hab keine Lust zu sterben Ich bin da Ich werd da Ich bin kein Freund des Todes Wisst ihr? Ich will immer überleben Jedes Mal aufs Neue will ich überleben Und das wollen wir natürlich hier auch Also wie gesagt Ich hab jetzt erst angefangen Mit Minecraft Also nimmt es mir nicht zu übel Wenn es irgendwie nicht so läuft Wie ihr euch das vorstellt Ich bin natürlich für jegliche Hilfestellungen Sehr sehr dankbar Ähm Aber wie gesagt Ich kenn mich halt einfach noch nicht so gut aus Ich werd auch Probleme haben beim Crafting Das weiß ich jetzt schon Aber ich bin mir sicher Ihr werdet mir das verzeihen können Das ist Minicraft Ich hab nie gedacht Dass ich irgendwann mal anfange Minecraft zu spielen Aber es ist Tatsächlich der Fall Es ist tatsächlich der Fall Dass wir hier grad Minecraft spielen Und dieser Baum dauert einfach Ewigkeiten Das ist ja der Wahnsinn Vielleicht geht's schneller Wenn wir mit Holz Auf Holz rumhacken Das wär natürlich ein Träumchen Und dann wird hier weiter schön geholzt Holzi holzi holz holz Oh man Leute Ich sag's euch Es ist noch so früh am Morgen Wir haben jetzt grad mal Halb fünf Und ich nehm jetzt schon Also halb fünf Uhr morgens Die Folge für euch auf Dass die auf jeden Fall noch pünktlich erscheint Weil wir wollen ja nicht Dass ihr ohne Video Und ein Tagstatum mischt Das wollen wir natürlich nicht Und deswegen holzen wir hier schön ab Die ganze Holz Das ist ja ein riesen Baum Es ist ein riesiger Baum Hab nicht gedacht Dass es so riesige Bäume gibt So Was haben wir da Da haben wir noch Uh Da haben wir noch Seeds Nice Nice Kriegen wir noch mehr Seeds Gib mir Seeds Gib mir Seeds Ich brauche Seeds 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 Gib mir Seeds So aber ich glaub Dass wir hier An der Stelle auch spawnen würden Die Frage ist Machen wir das dann Ja komm Wir bauen uns jetzt hier Ein schönes Häusler hin Das pflanzen wir hier erstmal Nochmal wieder mit an So Und dann machen wir Zack Zack Das hab ich nämlich schon gelernt Boah das ist Das ist ein Traum Das ist ein Traum Wie ich hier unterwegs bin Oder So Hallo Schweinchen So Was machen wir als nächstes Dann würde ich sagen Zack Zack Aus dem machen wir Stickies Und dann wie war das War das So Ne so war das Oder Genau Ein Holzschwert Ja nice Das tun wir weg Und dann brauchen wir noch So So Und So Für eine Spitzhacke Die tun wir da hin Komm weg damit Dann würde ich sagen Heißt das jetzt Schweinchen Dick muss sterne Denn wir brauchen Denn wir brauchen Wir brauchen sehr viel Fleisch Denn wir sind Anders als die meisten erwarten würden Keine Vegetarier Oh Stirb Chicken 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 Was bist du für den Fall ein süßes kleine Schweinchen Dick Ja Okay Stirb So Was haben wir da Gänseblümchen Hier haben wir noch ein paar Tierchen Toll Chicken Ich will Chicken Chicken ist gut für Eiweiß Also manche sterben mit einem Schlag Andere mit zwei Dann töten wir dich jetzt noch Zack Nein Schweinchen Du Schweinchen Schweinchen Wohin des Weges Willst du mir das bitte einmal erklären Und da schon die erste Höhle Nice So Dann Zack Und das noch eine Höhle Zack Zack Boah da ist Sehr viel Wasser Nice 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 Ich glaube wir haben einen relativ guten Weg gefunden So würde ich sagen Geh mir hier runter Boah das ist eine riesige Höhle Das ist ja Das ist ein Traum Das Das ist ein Traum Wohin Schweinchen Dick So dann würde ich sagen Zack Holen wir uns hier mal Ein bisschen Stein Dass wir uns auch einen Ofen bauen können Ja Ich weiß tatsächlich wie das geht Hätte ich auch nicht für möglich gehalten Aber ich weiß wie das geht Weischt So Verdammt 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 Und Abbauen 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 So Dann würde ich sagen Merken wir uns doch mal hier den Weg Ich würde Wie machen wir das denn hier so Und dann machen wir da noch so Dann geht es hier nämlich runter Und hier können wir dann auch hoch Machen wir einen Zweieraufgang So So Genau Und da ist dann unsere Unser Zuhause Ich sage Bauen wir doch auch mal direkt Unser Zuhause Nur wie breit Das ist jetzt die Frage Also erstmal ein kleines Wir machen jetzt erstmal ein kleines Haus Aber ich würde auf jeden Fall gerne auf den Teig Äh Teig Genau Auf den Teig hier mit drauf schauen Das heißt wir starten mindestens Mindestens hier Genau Und dann würde ich sagen Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn Vierzehn Fünfzehn Sechzehn Siebzehn Achtzehn Neunzehn Zwanzig Das wird ein fettes Haus Wollen wir es Ja wir gehen auf zwanzig Das heißt eins Zwei Die Frage Ah scheiße Eins Zwei Drei Ich habe ja jetzt hier angefangen Ja Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn 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 Sechzehn Siebzehn Achtzehn Neunzehn Und mit dem dann zwanzig Das heißt okay Eins Zwei Drei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Vierzehn 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 Sechzehn Siebzehn Achtzen Neunzehn Zwanzig So Und dann Ich schätze mal bis hierhin Oder Es war so klar Wir haben uns mal einen vertan Nein Was mache ich Es ist ja gar nicht mal so schlimm Aber wieso baut er das denn da nicht hin So jetzt Dann bauen wir den wieder ab So schauen wir mal ob es hier noch ein paar Seeds gibt Ja gab es Uh ja das ist nicht gut Gut dass wir das gerade gesagt haben Weil dann nehmen wir jetzt nämlich die Stickys Machen den hier Und dann machen wir den hier Zack Alles wieder weg So und dann würde ich sagen Zwei Drei Ich weiß halt leider nicht bis Wohin das dann Auch geht Ich glaube eigentlich Zwei So müsste das meiner Meinung nach Schon noch gehen Man kann auch drüber gehen Ich weiß dass es früher nicht ging Mittlerweile geht es aber Und noch ein Seed Hey das ist ja ein Traum hier Das ist der pure Traum Der pure Traum Eines jeden Junggesellen Noch ein Seed Nice Zack Zack Und zack So Dann nehmen wir unsere Seeds Und dann pflanzen wir die hier alle schön ein Zack Zack Ah das kann man auch gedrückt lassen Das ist ja super nice Das ist super nice Zack 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 So Cool Dann haben wir so ein bisschen für Nahrung gesagt Oh oh es wird jetzt auch langsam Nacht Deswegen wir müssen hier unbedingt das Zeug zu kriegen Zack Zack Ich weiß gar nicht mehr wie weit können die Leute hoch Ich glaube zwei Kommt jeder hoch Oh oh jetzt wird es wirklich Nacht Wir müssen uns unbedingt beeilen Oh Mann Hier Zack 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 Tag und Tag Oh 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 Es wird Nacht Es wird Nacht Es wird Nacht Ich kriege Angst Ich kriege verdammt nochmal Angst Nein Ach Mann Die Schickart Das ist doch Das ist doch nicht normal Schein mir nicht böse Aber normal ist das nicht So Schneller 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 Oh Ja ich will das immer alles gleich ordentlich machen Das ist so ein bisschen mein Problem das ich habe Ich gehe jetzt hier schnell drauf In der Hoffnung dass wir noch ein bisschen Zeit haben Bevor wir hier gleich einfach nur sterben Aber wir haben ja ein Holzschwert Von dem her sollte das kein Problem sein So und das war's Mehr haben wir nicht Das ist blöd Das ist wirklich blöd Oh und da kommt schon das erste Das erste Zombie Nein Die kommen hier hoch Das ist doch kacke Ist das Nein ich will nicht sterben Geh weg von mir Geh weg von mir Habe ich gesagt Stirb Huh Monsterjäger Oh ne wir müssen uns Wir müssen uns einbuddeln Leute Wir müssen uns einbuddeln Geh weg Geh weg von mir Weg Ich sagte weg Geh weg Weg Boah das war knapp Das war Das war wirklich knapp Ich weiß man sollte niemals So Und jetzt Würde ich sagen Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Wenn's hell ist Bis dann Ciao ciao